So, das ist jetzt der zweite Part. Ich werde aber jetzt noch versuchen, in das Video reinzuschnibbeln, das noch 15 Minuten zu trimmen. Und ja, jetzt ist es wichtig. Und zwar müssen wir jetzt... So, dann kommt es hier. Und der ist auch wichtig, vor allem. Oh, ich habe ein Schienenmeer. Das ist natürlich jetzt wunderbar. Ich freue mich jetzt wieder, dass ich Schienen kräften muss. Jetzt gerade, wo ich so viel Zeit habe. Ich habe noch ein anderes Hauptlager oder so was, wo ich mir noch Eisen besorgen kann. Ich glaube, ich mag ihn nicht mehr. So wenig Materialien, wie er gesammelt hat. Ich werde hier von nie was sehen. Das ist eine eigene Bude. Das ist eine eigene Bude. So, mal Eisen finden. Wo finde ich jetzt Eisen? Ich habe fünf Eisen, das brauche ich aber noch mehr. Ich brauche nämlich sechs. Mindestens. Mein Kars habe ich ja noch. Ja, ich war ja gar nichts. Ja, ja. Das ist natürlich wieder Bücher. Bücher hat er natürlich tausende Jahre. Bücher, er liest die auch so gerne in Minecraft. Na, mit dem wäre ich eigentlich schön aus. Ähm, ja. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz pausieren, bis ich Eisen habe. So, ich komme jetzt hier aus einer kleinen Höhle und ich habe jetzt Eisen gefunden. Ich habe auch direkt schon, äh, ja, Sachen gecrafted. Ich habe auch direkt schon Redstone gefunden. Augenknipser. 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 Äh, ja. Und, so, jetzt habe ich hier Schienen. 98 Schienen. Und, ja. Hier die Seiener drehen sich noch. Und, ja, hier fährt ein schönes Hühnchen mit. Und, ja, hier fährt ein schönes Hühnchen mit dem Hühnchen mit dem Hühnchen mit dem Hühnchen. Unbedingt. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Hm. Genau. Mu, mu, mu mal ruhig. Mu, ich mal weg, er gesagt. So. jetzt brauche ich erst mal Westdor Westdor und Westdor und Westdor und ja wir brauchen Westdor und Steiner um ein Wort Paul im Ort noch dem Bauch mit dem Bauch Prozent so und mal die Prozent vor allem eine Ebener Bruder und an Damen an Damen an da haben wichtig ist dass ich über 15 kommt das klappt nicht perfekt da ist nicht perfekt nicht der Städte und nur und die liebten deswegen ist nicht sollte die Machen mal weg genau weg und ja jetzt brauchen wir mal steilen einst nur bis zu und abkommen machen nämlich nicht ein und an so direkt das geht so gar nicht das ist das die so gar nicht war ich habe schon gebaut und wie das ist nicht er ja ich muss man wissen und naja ich pausiere jetzt mal kurz so ich habe jetzt ein bisschen umgebaut und ja äh falsch da ist da und da und hier weg so ich brauche hier so was hin so und dann müsste es ja klappen eigentlich ich so genau hier geht ihr es schaltet um aber jetzt müssen wir es ist schaltet es falsch herum um ja müssen wir nicht den Pol ändern immer diese Pole ich hatte Pole nicht Polen also nichts falsches stehen hier ja gut Stäbe habe ich brauchen wir einen Stab und ein Torch so ich hoffe das klappt mit diesem Torch so jetzt ist er nämlich umgestellt wenn man sich jetzt drauf stellt klappt er sich nicht um warum nicht warum ist er gerade gefahren so hm ah ja stimmt 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 ich habe es falsch gemacht ich muss nämlich einen wo ist er denn jetzt ja einem Stein muss er sein so jetzt muss es klappen ja jetzt klappt es seht ihr er klappt um wenn man drauf steht gut und das ist auch schon mal eine Erfindung jetzt brauchen wir die Wagen lassen den hier rumdödeln machen noch einen Wagen und den stellen wir ganz einfach da oh 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 das ist das soll jetzt nicht sein das mit der Kurve das mit der Kurve war jetzt nicht eingeplant so und der Wagen der kommt ganz einfach nur hier drauf gestellt ach ja okay der muss jetzt hier rumfahren so der fährt jetzt was oh diese Hühner jetzt jetzt gehe ich auf Monster jagen ich gehe auf die Regenmilch geht jetzt auf diese Hühner jetzt war es eins das kann da drin bleiben das Hühner so der Wagen fährt jetzt hier rum so meine Erfindung ist das folgende wenn man sich jetzt hier reinsetzt dann wartet man und fährt los warum fährt was warum ist der jetzt mitgefahren okay das war jetzt ungeplant was ooooh die verstellt sich auch das ist doch boah das regt sich doch auf das regt auf dann merkt euch einfach ihr wisst ja hier ist das Prinzip den einfach ein bisschen mehr nach hier versetzen das Ganze dann funktioniert ich habe jetzt keinen Problem nochmal zu machen aber im Prinzip funktioniert das so in dieser Technik ich werde mal von oben zeigen ja so das Ganze ein wenig mehr nach hier verschieben dann funktioniert das schon das war jetzt nur weil dieser Pol jetzt die Kurve hier verschiebt gut dann bedanke ich mich erstmal und ja und ich rate den Whitehammer dass er es nicht als seine Erfindung verkauft ansonsten gibt es Ärger das habe ich nämlich erfunden ich habe es nirgendwo anders gesehen das war jetzt meine Erfindung ok dann schau